Hallo, herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Part 13, wenn ich mich nicht irre, und weiter geht's. Wir sind hier hochgeklettert, von da drüben über den anderen Weg, haben etwas zur Geschichte erfahren, die es miteinander hinten auf sich hat, warum wir 100 Jahre weg waren, zumindest ein bisschen. Und dann sind wir ja hier hochgeklettert, weil wir da hinten hin müssen, hinter diese Felsen. Aktuell bin ich aber wirklich am überlegen, ob ich da rüber gehe. Weil man könnte ja auch auf offiziellen Wege da lang gehen, statt den Bergweg, den wir genommen haben, und dann würde man eh an den Felsen da vorbeikommen. Also diese Prüfungsstätte, die da vorne ist, meine ich, auf einem Minimap, gerade rot markieren, die würde ich schon ganz gerne mitnehmen und vielleicht den kleinen Umweg auf die andere da hinten. Blau markiert auf dem Minimap. Vor wir da lang gehen, ich meine, es könnte nützliche Ausrüstung oder neue Fähigkeiten für uns drin sein. Und ich sehe gerade, da unten ist ein schönes Lagerfeuer. Und da sind Gegner. Oh, nein, da sind diese blauen Moblins drin. Ja, ich sehe gerade nicht, ich sehe gerade nicht, wenn du das rein hast. Oh, nein, da sind die Schleumu. Oh, nein! Oh, nein, da sind die Schleumu. Oh, nein. Oh, genau! Oh, nein. Oh, nein. Um. und link geht unter wir wissen aber schon dass wir dadurch kein fail kein das kriegen aber jetzt leider so auch nichts das heißt wir müssen über die brücke es sieht so gefährlich aus was mich gerade stört ist aber eher der blaue da unten wir haben nämlich immer noch keine gute ausrüstung ist eine kiste dann habe ich eine idee bist du doof nein entschuldige ich bin natürlich so auch wieder weg fliegt ich habe nur noch einen davon übrig muss sitzen er hat gesessen gut die anderen beiden viecher krieg ich ja selber schon platt nur den blauen dann nicht wo spiel cool was das ein stachelbock schild von einem bock bliebock blieb ich schon gesagt ein zungenbrecher gemacht dem etwas härteres holz in die hände fiel darüber war er so glücklich dass er den schild sogar mit tierknochen verstärkte cool das will ich alles mitnehmen inventar den schild weg werfen warte die brauche ich nicht mal wegwerfen ein stachelbock stock der bock blieb der diesen stock gebastelt hat hat sich wirklich mühe gegeben pass auf denn die spitzen tierknochen können ins auge gehen oh ja das tut weh funktioniert nicht so wie ich wollte ich wollte den eigentlich kaputt machen bevor ich den weg werfe fackeln ich brauche noch ein paar ich will die keule damit nehmen und diesen wurf speer den weg ausrüsten dann möchte ich gerne hier warten bis es wieder morgens ist man ist es schon eine 20 uhr in game und wir haben gehört im dunkeln sind viel mehr monster unterwegs und das möchte ich jetzt außerhalb des totalen gebiets nicht mehr und hier haben wir sogar noch eine truhe und was haben wir drin ein opal ein edelstein der in hau gefunden werden kann er schimmert ähnlich wie perlmut und soll die kraft des wassers besitzen ich sag mal das hat sich gelohnt hier runter zu gehen auf zweierlei hinweisen ja und hier ist das feuer was ich von oben aus gesehen hat und meint eigentlich prologia brücke ok ok hey da ist eine person hey ok ok ich habe gesehen schon einige ungute vorzeichen ich habe schon einige ungute vorzeichen gesehen aber das das schlägt die anderen umlängen oh wo kommst du denn hier dich habe ich hier noch nie gesehen wer bist du naja ist im grunde ja auch egal endlich ist jemand da ich habe es satt mich nur mit mir selbst zu unterhalten ich weiß auch schon zum thema schon ein thema zum quatschen hast du die gebilde gesehen die aus den boden gekommen sind ich bin verantwortlich sorry und ich spreche nicht von den pelzen oder so ich meine die german anscheinend sind sie im ganzen land aufgetaucht aber das ist ja noch nicht alles ganz plötzlich fangen auch all die verlassenen schreiner zu leuchten an du weißt was das bedeutet oder das ende der welt aber trotz dieses trubels habe ich eine sache weiter im auge damit mir ja nicht entgeht wenn sich da was tut welche sache denn na den wächter natürlich du kennst noch doch die alten geschichte über hyrule oder das ding dort drüben das aussieht wie ein wie ein umgedrehter krug stimmt jetzt wurde sagt einmal hat mich einer entdeckt der sich noch bewegen konnte und schon steckt ich bis zum hals in der klemme nein ein anderer nicht der da im wasser das war von hier aus gesehen richtung schloss aber noch vor dem wald als er mich entdeckt hat hat er mit rotem licht auf mich geschossen ich dachte schon jetzt ist es aus ist ein wunder dass ich in den wald entkommen und mich verstecken konnte wie meine reflexe nein nein ich mache mir da keine illusion das war reines glück in der gegend um schloss hyrule gibt es noch so einige wächter pass auf dich auf kleine ok vielen dank den da hinten meinte also wo geht er hin ok mhm das spiel ist ja open world von daher sollte es ja egal sein ob ich nun von dieser seite aus die brücke rüber gehe oder andere seite die trigger oder so müssen ja trotzdem aktiv werden äh hallo fuchs ich lass dich in ruhe waschi ria koschein gehen wir auch gleich hin ich will nur gucken was ist das hier hm ok das sieht aus wie kohle soll ich hier äh kohle minen gehen oder wie wir untersuchen den schrein mal denn so haben wir auch einen kleinen teleporter hierher und kommen auch sofort hier runter so nun stellen wir uns einer weiteren prüfung ein bisschen zeit haben wir ja noch in diesem part und wie findet ihr das eigentlich dass ich so an die 20 minuten immer die parts mache mit begrüßung und verabschiedung ist für mich ein bisschen umgewöhnung weil ich sonst immer nur einfach durchgängig das projekt aufgenommen und dann aufgeteilt habe aber die umstellung ist minimal und irgendwie macht es so auch mehr spaß willkommen mein name ist waschi ria im namen der götten hühler sollst du geprüft werden vom winde verweht ok wir lernen irgendwas über den wind und ich sehe da auch schon ventilatoren im wasser im wasser ja ist klar ist klar äh husch husch nein stimmt hier ist auch gar kein modul also wo wir unser modul so wie sonst immer auf reingetan haben äh hä 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 ich möchte ja gerne da hoch hm 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 Wir können hier nix machen, weil uns irgendein Gegenstand oder sowas fehlt. Ne, da können wir nix mit machen. Hier auch nicht. Da komm ich ja leider nicht rüber. Da unten werde ich sterben, wenn ich da einfach so raufgehe. Oder warte. Vielleicht muss ich meinen Paragleiter aktivieren. Ne, hier ist bloß die Säule, die mich wieder rausbringt. Hier ist vielleicht stehen und dann... Ööö, könnte das klappen? Ich bin mir gerade unschlüssig. Toch, tatsächlich. Wow. Ein Bernstein. Hurra. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin doch noch gar nicht so geübt in diesem Sprung... Sprungflug. Naja. Wui. Au. Ich finde es aber interessant, dass der Wind mich überhaupt nicht runterweht, solange... ...ich nicht da oben irgendwo bin. Ähm. Wir müssen da rüber. Okay. Doch. Wofür ist dieser Weg hier? Ach, das ist ein Rückweg, falls man hier schon mal drin war und nur... ...Truhe holen wollte oder so. ...und das hier. Dieser Weg hier wirkt so komisch. Oh. Geht nicht. Okay. Erste Truhe, bei der ich wirklich nicht weiß, wie man da hinkommen soll. Weil, ich meine, ich kann die Windrichtung ja gar nicht groß, äh, verändern hier. Oh. Oh, Glück. Vor allem soll ich von hier aus da jetzt so rüberfliegen, oder wie? Fast. Fast. Es hat fast geklappt. Oh, ich lande sogar hier. Das ist gut. Es hat sogar wirklich fast geklappt. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich von hier aus... ...ja, ja, 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 nein. Ah, warum klappt das so nicht? Oh, ich bin fast down. Muss ich von der höheren Plattform... Ah, vielleicht hätte ich von hier aus da direkt rüber segeln müssen, statt hierher. ...ja, okay, gut, ich verstehe. Ähm, ähm, ähm. Ich lade mal kurz den Autosave. Regen. Es gibt Tiere und Pflanzen, die sich nur an regnerischen Tagen zeigen. Okay. Ah, ne, die Truhe habe ich aber schon. Die zählt schon. Gut. Ich habe nämlich eine Idee. Oh, die zählt nicht dazu. Tschuldige Ding. Das kann nämlich sein, dass ich quasi von hier aus mitwehen muss. Aber quasi darüber... Hm. Die Truhe ist echt schwer. Von hier oben vielleicht? Kann ich hier hoch? Nee. Nee, ich sinke viel zu tief. Vielleicht hätte ich aber auch erst später rüber gewusst. Hm, vielleicht auch sehr viel später. Ich möchte diese Truhe gerne mitnehmen. Wenn ich schon hier in diesem Tempel bin. Ich möchte hier in diesem Tempel bin. Wie sollen wir denn da rüberkommen? Ähm. Ähm. Ah. Hm. Es bleibt ein Rätsel. Ich weiß nicht, wie ich zu dieser Truhe kommen soll. Ich kann irgendwie nicht so weit fliegen. Beziehungsweise, sobald ich von dem Wind nicht mehr erfasst werde, säg ich quasi geradewegs runter. Und ich kann mich schlecht drehen. Was war das für ein Fail? Hm. Hm. Tja, ist ne gute Frage. Ich weiß echt nicht, wo krieg ich den Auftrieb her? So direkt. Hm. 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 Nein, 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 nein. Das wird so nix. Ich hab momentan einfach keine Ahnung. Ich lass die Truhe jetzt liegen, sonst kommen wir hier nicht weiter. Ich kann mich ja jederzeit hierher teleportieren und wenn mir was eingefallen ist, was ich testen könnte. Nein. auch mal ein was soll denn das ja es wird aber gezählt dass ich hier drüben bin ich will das aber noch mal probieren hilf mir leider nichts ich kann das zwar anhalten aber es bringt mir nichts wenn ich den wind anhalte ich müsste ihn drehen können so kann ich ihn irgendwie nicht so nutzen ich verliere mich von hier aus kann ich nicht drüber ich verliere zu viel auftrieb also ich hier gibt es keine höhere erhöhung ich kann hier nicht irgendwo auf klettern das oder von hier aus wenn links sich daran festhalten würde wäre das okay aber das tut er in dem fall nicht sonst hält er sich auch an allem fest warum was soll das es ärgert mich dass ich diese truhe nicht fliege naja gut truhe dann bleibst du halt erst mal da ich muss den partner mich jetzt beenden das mache ich indem ich und ein kumpel hier anspreche du hast meine prüfung gemeistert auch wenn du eine truhe stehen lassen ohne zweifel bist du der auserwählte hält im namen der gött und hülja vielleicht ein zeichen der bewährung der erste der anders sitzt wir haben wieder ein davon hurra hiermit ist mein dienst erfüllt möge die göttin hülja dir beistehen wiedersehen ich mag immer das gleich auf der karte dass hier noch eine truhe drin ist und das müssen wir irgendwann nachholen wenn ich eine idee habe oder vielleicht besser fliegen kann durch übungen oder so weiter neben aufgaben sie nur bleibt los hier ist noch eine truhe und dann will ich noch mal gucken wenn du eine aufgabe auswärts und a drückst wird ihr zielpunkt angezeigt xenoblade chronicles 2 kooperation mit okul vom zentrum der größten brücke nach süden vom linken auge des totenkopf nach osten vom durchstochenen gipfel nach südosten blicke in den nachthimmel auf und folge den roten stirn schnuppen noch zu finden 3 ähm ok eine nebenaufgabe die ich noch nicht so verstehe prologia brücke schon wieder ich weiß noch nicht mal wo hier süden und so ist ich könnte mir vorstellen dass irgendwann hier auch wieder wächter rumlaufen und nicht nur einfach welche hier rumliegen mal sehen wofür man diese schrauben und so brauchen was haben wir denn hier ein stein den ich nehmen kann bleib mal da das sieht aus wie eine prärie und treppe steppe milch da ist auch ein schaf ein ziegenbock meint sich kein schaf und ach ja bevor ich hier weiter gehe und zu dem turm da gehe wollte ich ja den part wenden also hoffe es hat euch wieder spaß auch wenn es viele fades gab und die gehören nun mal dazu klar wenn ich jetzt noch zehn weitere male darunter gefallen wäre dann müsste ich das rausschneiden aber so lassen wir das einfach ich wünsche euch noch viel spaß hoffe der part hat euch trotzdem gefallen vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal